In den vergangenen vier Begegnungen mit Caen verlor Marseille dreimal und schaffte nur einmal ein Remis. Außerdem hat Trainer Marcelo Bielsa seinen Hut genommen. Mit dem 1 zu 0 Erfolg gegen Lille hat PSG zum zehnten Mal in Folge in der Liga gewonnen, vereinseigener Rekord. Nur mit Bordeaux schaffte Laurent Blanc mehr. Ich freue mich für die Spieler, die diesem Match ihren Stempel aufgedrückt haben. Es ist wirklich gut, mit einem Sieg in der Saison zu starten, trotz unserer roten Karte. Lyon, Superstar Lacazette, schafft in 77 Spielminuten gegen Lorient keinen einzigen Pass zu seinem Sturmpartner Claudio Beauvue. Wir waren im letzten Drittel zu ungenau und hatten kein Kombinationsspiel. Obwohl wir klar dominiert haben und meistens im Ballbesitz waren, hatten wir einfach zu wenig Chancen. Saint-Étienne ging gegen Toulouse zuerst in Führung, verlor dann aber. Eine Niederlage nach einem Führungstreffer, das passierte Saint-Étienne zum ersten Mal seit 41 Spielen. Bernardo Silva bleibt weiterhin der Torschütze bei Monaco. Zwei der vergangenen fünf Tore schoss er selbst, zwei davon bereitete er vor.